Hier siehst du die Realität, wie du als Europäer in Thailand auf Toilette gehst. Eine Dusche hast du immer auf Toilette. Toilettenpapier auch, aber es ist nur einlagig. Ja, und dann werfst du das Toilettenpapier in den Mülleimer und nicht in die Toilettenschüssel. Damit tust du deinen Popo sauber machen mit einer Duschbrause. Ja, dann musst du dich dran gewöhnen. Wirklich, mach das bloß weg.